Hallo meine Einhörnchen, es ist Oktober und alle, die ja mich schon länger als einen Monat verfolgen, wissen, dass der ganze Oktober geprägt von Halloween und Spooky und Grusel-Shit sein wird. Und ich bin mega aufgeregt und hyped, denn jetzt ist es so super schnell kalt geworden und ich bin so, okay, ich trinke jetzt Pumpkin-Spice-Latte und kuschel mich zu Hause ein und dekoriere alles mit Fledermäusen. Und damit ihr auch eure Wohnung schön dekorieren könnt, machen wir dreimal Deko heute, die sehr schnell geht, aber seine Wirkung nicht verfolgt. Verfehlt. Verfehlt. Als erstes gibt es eine Eyeball-Lichterkette, weil jetzt wird es ja wieder früher dunkel, heißt man muss mehr Licht anmachen und dafür brauchen wir Ping-Pong-Bälle und eine Lichterkette, ansonsten nur noch Stifte und eine Schere oder ein Skalpell. Und als erstes nehmen wir einen Ball raus und tun so, als wäre es ein Augapfel und malen, ja, eine Iris drauf und eine Pupille. Und das Wichtige ist, daran zu denken, wenn ihr dieses schwarze runde Ding malt, dass ihr da einen kleinen weißen Punkt lasst, an dem, ja, weil sonst ist es so super tot und dann sieht es nicht so gruselig aus. Augenfarben sind echt eine abgefahrene Sache. Also, ich habe einfach nur langweilige braune Augen, aber manche Leute haben dann so gelbe Sprenkel mit drin oder so ein bisschen, ja, blau-lila in den Augen, das ist echt richtig cool. Und ich war letztes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt und da konnte man so richtig krasse Makroaufnahmen machen lassen von seinem Auge und das haben die einen dann ausgedruckt. Wäre bei mir leider ein bisschen langweilig, aber wenn man coole Augen hat, ist das nice. Ja, mit den Farben könnt ihr euch natürlich austoben. Also, das sind ja dann die Augäpfel eurer Opfer und wenn ihr kein Serienkiller seid und sagt, ich bringe nur Leute mit braunen Augen um, dann könnt ihr die ja schön bunt machen. Und ganz wichtig, es wirkt immer echter, wenn man so rote Adern draufmalt. Weil auch wenn man ausgeschlafen hat, hat man die ja trotzdem im Auge. Und dann sieht es immer gleich viel dramatischer aus. Wenn ihr mit eurem Auge fertig seid, dann holt ihr euch ein Skapell, ein Messer oder eine Schere und ritzt hier hinten ein bisschen ein, so einen halben Zentimeter ungefähr, weil da können wir dann gleich die LEDs reinstecken. Rein damit. Braucht offensichtlich ein bisschen Gewalt. So, aber dafür stecken sie dann fest. Oh, stellt euch vor so, laufende. Luke, liebt mich. Jo, und das macht ihr jetzt, je nachdem welche Lichterkette ihr gekauft habt, einfach 10 mal, 20 mal. Es gibt ja auch Lichterketten mit 150 Lichtern. Also, macht, was ihr möchtet mit euren Augäpfeln. Seid ihr bereit für Augapfel-Drama? Ja, wenn es richtig dunkel ist, sieht es natürlich noch cooler aus. Ihr könnt das natürlich auch mit riesengroßen Bällen machen. Also, ja, ich finde, es ist sehr gut geworden. Das nächste sind Hexenhüte. Ich bin sehr im Hexen-Mood dieses Jahr und letztes Jahr auch schon. Da könnte man fast nochmal ein American Horror Story gucken. Und es gibt eine sehr einfache Art und Weise, schnell viele Hexenhüte zu machen. Und zwar braucht ihr dafür einfach nur Party-Teller. Diese aus Pappe. Und wenn ihr noch Partyhüte habt, ist es noch einfacher, weil dann könntet ihr einfach einen Partyhut hier draufkleben. Wenn ihr keine Partyhüte habt, weil irgendwie hat man gar nicht so oft Partyhüte, wie man denkt. Man sollte mehr Partyhüte tragen. Vielleicht zur nächsten Mondschau. Ist das Thema einfach Party und alle tragen Partyhüte. Naja, könnt ihr einfach diese Art von Schnittteil, also so ein Viertel Tortenstück ausschneiden. Und das hier zusammenkleben. Und dann kleben wir das einfach hier drauf. Wer ist denn eure Lieblings-Hexe? Ich kann mich da gar nicht richtig entscheiden. Gerade jetzt, wo Sabrina wiederkommt, das habe ich echt super gerne geguckt. Aber ich habe auch Charmed super gerne geguckt. Die guten Zeiten, ey. Aber Buffy habe ich auch mega gerne geguckt. Und ihre beste Freundin war doch dann auch eine richtig krasse Badass-Hexe. Mann, Buffy müsste man auch nochmal re-watchen. Buffy kommt auch schon. Ja, Buffy kommt wieder. Ist schon geplant. Ist confirmed. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob Remake oder Fortsetzungs-irgendwas. Ja, aber ich machte die American Horror Story-Hexen auch sehr. Und Hexen-Hexen und Hokus-Pokus. Und es gibt so viele coole Hexen. Und natürlich Bibi Blocksberg nicht zu vergessen. Aber nicht die seltsame Bibi Blocksberg aus den Realverfilmungen, sondern halt die in meinem Kopf aus den Hörbüchern. Das Ganze könnt ihr entweder auch mit Tape festkleben. So. Oder mit Heißklebe. Das geht auch. Dann sieht man es noch ein bisschen weniger. Theoretisch könnte man hier auch Löcher reinmachen. Und dann so ein LED-Licht rein. Dann leuchten die sogar von innen. Oder man kann sie auch hier oben mit einem Band durchziehen. Und dann aufhängen. Da müssen wir sie besser festkleben. Das würde auch gehen. Jetzt gehen wir aber erstmal nach draußen und sprühen das Ganze schwarz an. Während das jetzt trocknet, zeige ich euch, wie man Geister-Teelichter macht. Als erstes geht es los mit kleinen Geistern, die man als Teelichter benutzen kann. Und dafür braucht ihr so lufttrocknenden Ton. Ich habe jetzt diesen hier, weil den hatte ich noch übrig. Das gibt es aber auch von Fimo und viele andere Dinge. Dann irgendwas Rundes, wo ihr das drüber machen könnt. Ich habe jetzt hier so ein Handcreme-Dings. Kann aber auch ein kleines Glas sein. So ein Shot-Glas oder eine Styroporkugel. Völlig egal. Und wenn euer Ton tonfarben ist, nämlich in diesem Terracotta, dann braucht ihr noch was, womit ihr es ansprüht. Oder ihr lasst es so, dass es ganz euch überlassen. Außerdem ein LED-Teelicht. Weil ein echtes Teelicht würde euch das Ding einfach abfackeln. Und irgendwas zum Ausrollen. Eine Flasche. Ich habe dieses coole Ding hier gekauft. Nudelholz. Es geht alles, was rund ist. Als erstes rollen wir das jetzt komplett flach aus. Das coole ist halt, ihr könnt es anmalen, wie ihr wollt. Wenn ihr Pastell-Halloween-Queen seid, dann malt ihr das halt in Pastellfarben an. Wenn ihr sagt, nein, Original, Orange und Schwarz und Bila, dann in den Farben. Das ist ganz euch überlassen. Wenn das Ganze schön gerade ausgerollt ist, dann holt ihr euch irgendwas Rundes und schneidet drumrum. Jetzt holt ihr euch eure Runde Sache und stülpt es einfach da drüber. So. Diese Falten können einfach so abstehen. Das ist kein Problem. Und jetzt schneidet ihr mit einer Schere oder einem Messer noch zwei Augen rein. Und wer möchte natürlich auch noch den Mund. Ich habe jetzt einen Happy-Geist gemacht, weil er sich freut, dass jetzt Halloween anfängt. Wie gesagt, sprüht den Weiß an, dann sieht er noch geistiger aus. Und wenn das Ganze getrocknet ist, dann kommt einfach das Teelicht da drunter. Und dann seht ihr vielleicht schon so ein bisschen hier, wenn ich die Hand vorhalte, seht ihr da drin, wie es in seinen Augen leuchtet. Hier ist der angesprühte Hexenhut. Er ist ein bisschen speziell geworden, aber das ist ja das Gute an Halloween. Umso seltsamer es aussieht, umso besser ist es eigentlich. Und ich habe jetzt hier noch so ein bisschen Satinwand. Und das könnt ihr noch als Schärfe drumrum legen. Wer richtig motiviert ist, kann auch noch so eine viereckige Schnalle machen aus Filz oder Pappe. Last Minute, Hexenhut fertig. Davon kann man sehr schnell sehr viele machen. Und ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen für die Halloween-Zeit einstimmen können. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr jetzt schon macht, um Halloween zu zelebrieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.